Hallo liebe Kundinnen und Kunden, es ist mal wieder soweit. Nach vier Jahren öffnet die Agritechniker hier in Pforten in Hannover und wir vom Okian Tires Team sind natürlich auch vor Ort. Wir können uns finden in Halle 20 am Stand 20 bis 12. Und was erwartet euch vor Ort? Natürlich einiges an Produktinnovationen. Über die letzten Jahre haben wir sehr viel getestet und unsere Ideen in die Praxis umgesetzt. Das könnt ihr euch natürlich gerne anschauen und wir heißen euch herzlich willkommen. Wie gesagt, Hannover, Agritechniker, 12. bis 18. November, Halle 20, Stand 20 bis 12. Herzlich willkommen, Moi Moi!